Man sieht ja wirklich mal alles. Nee, Festivals sind nicht meins. Hallo, moin Albert, moin Leo. Danke dir, Forest. Ich glaube, dein Urlaub war nice. Nee, da bin ich überfragt, Leo. Was für die Scheiße. Er hat wirklich keine Wasser gefunden. Wenn mal. Not that deep, Bro. So. Wer sind die denn? Nice. Thanks, Bro. Er hat einfach schon Serpentine gefunden. Mhm. Er hat einfach schon Dings gefunden gehabt. Oh. Warum geht ihr beide aus mich? Wollt ihr mich gerade verarschen? Hä? Schieß doch auf den anderen. Er ist doch viel offener als ich. Was? Was? The fuck is going on, dude? What the fuck? Und wenn denn? Was geht, Bro? Was? 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 Vielleicht sind die vom Cold War. Äh, von Vanguard. Sind die irgendwie Todesshit. Boah, geil. Und das passiert. Sollte wir jetzt hinterher laufen bitte, um so zu sterben? Oh. Das ist natürlich ärgerlich, Hero Man. Mein King Captain. What's up, mein Mann? Hecker. Dead Silence war strong. Oh, wird hier hingeklustert. Ich warte in der Hand hier. Ja, hab ich's Matti Matti. Hab einen bekommen. Ihr müsst euch noch merken, weil wenn ihr diese Roboter habt, ne, oder diese Automatron oder wie sie heißt, da kriegst du im Nahkampf immer auf die Fresse, egal wie gut du triffst, weil die einfach keinen Damage macht, das ist so geil. Du kannst auch so gut treffen, wie du willst. Aber ja, wir haben Invite bekommen. Hier, wie lang geht denn der Cluster? Alter, ist dieser... Ey, ich sag euch eins, Shad, diese Cluster und Airstrikes, die sind wirklich skill-based. Das macht so keinen Sinn, wie man davon stirbt, teilweise. Es ist so ein Bullshit. Ich hab ja jetzt ja die Koopa gemacht. Das hat er ernst gemacht. Charity Level 400, kämpft mit eigenem Low dort oben im Tower. Glaubt ihr, seine Mutter liebt ihn? Shad? Also richtig doll, mit Herz auch. Kann ich mir nämlich nicht vorstellen, um ehrlich zu sein. Was ist so ein Ding so? Meine Waffe ist runtergefallen. Oh nein. Dieser wird verpackt. Ich kann sie nicht mal nehmen. Ach, ich glaube. Ich lasse diesen Romance gleich an und dann schiebe ich mit dem Duos. Und wir spielen mit dem Duos mit diesem Mann. Oh ja. Ich komme ja nicht durchs Fenster, jetzt sterbe ich deswegen. Die KW sind nicht durch, der schon aufzuschießen. Und Shepa bekommen der Typ. Wenn ich da jetzt lande, werde ich sterben. Sehr wahrscheinlich. Ja, das ist anders. Gas ist in. Enemie UAV aktiv. Fire fail ist aktiv. Fire station costs are adjusted. We've spied an enemy radar jammer in your area. Enemie UAV aktiv. Sorry mate, not his fault. Okay. Wäre grad ein Bug oder? War das oben? Okay. Das ist alles geeks, Bro. Hier glaube ich's. Bämonen. Schieb mal die Waffen von dem Random hier. Das ist ne Amagerra, ne? Ey, sieht der Shop anders aus? Oh mein Gott. Wir sind so gut, Chad. Unfassbar, wie gut wir sind. Das ist in meiner ersten Runde des Tages. Amagerra, Meter. Wird's nicht weggekämmt werden? Wird's nicht weggekommst. Was ist weggekommst? Keine! Was ist weggekommst? Ich dachte nicht, der kämmt wirklich im Tower. Doch, sieht irgendwie so aus. Ich habe die Gäste in den Ich habe die Gäste in den Marken, die die Gäste in den Marken, die die Gäste in den Recon ist ab. UAB, beginnend flyover. UAB is out of fuel, turning for resupply. Will der sterben da oben oder was? Wo ist denn hier Metall, ist hier unten oder oben? Nein, ich wollte ihm Pinnischer geben. Egal, kill ihn so. Ne Chris, gibt nichts Neues, um ehrlich zu sein. Han ist beim alten Problem, ich halte vier Romains ein und spiele mit ihm Duo. Ich habe ja jetzt ein Dämonen-Team zusammen aus random. Ist er eigentlich immer noch für Cyber-Post? Ja. Was ist das? Ich gucke einfach jedes Mal, wenn ich gucke. Ich gucke es einfach. GG's. Just better. Ja. Moin Becky. Es geht. Grüße aus Rhodos. Ja. Ja. Ja.